Heyo, was geht? Willkommen auf dem Zwei-Kanal. Heute gibt es wieder ein Horror-Game zusammen mit meinem Bruder. Deswegen ist der Stuhl hier. Okay, setz dich hin auf die andere Seite. Wir spielen heute Five Nights at Freddy's. Ich hab's schon mal gespielt. Ich kenn's noch gar nicht. Aber ich geb dir so ganz kleine Tipps. Aha. Und wenn du es länger schaffst, als ich es geschafft habe, kriegst du ein Zehner von mir. Okay. Bin ich dabei. Ihr könnt auch gern meinen Bruder abchecken, der rappt ein bisschen. Rapp mal was. Was soll ich rappen? Rapp einfach jetzt, genau jetzt, zwei Zeilen oder so. Ich bin da, geh nach oben, ich bin stark, meine Träume und die Ziele, sie sind da. Ich bin da, mein Löwen ist egal, was dein Hund zu ihnen sagt. Ich bleib real wie Karim Benzema. Hey. Okay. Okay, los geht's. Wir gehen jetzt rein. Okay, Steuerung. So, das Spiel heißt Five Nights at Freddy's. Du brauchst nur die Maus eigentlich. Das ist also Dings da. Freddy Krueger oder was? Ja. Nein. Nein, 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 nicht Freddy Krueger. Es sind so, okay, ich erkläre es kurz. Ja. Ein Laden, wo so Spielzeugdinger sind und du musst dafür sorgen, dass dich keiner angreift. Machen wir dann, äh, continue. Nein, 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 no game. Das ist kurz abgebrochen, das Spiel. Wie viel hast du denn geschafft? Day 4 oder so, ne? Naja, weiß ich nicht mehr. Da stand Day 4. Nein. Wie ist denn die Steuerung? D, ASD, was kann ich noch machen? Du kannst nicht gehen. Du bist die ganze Zeit am Sitzen. Du musst nur dafür sorgen, dass ich keiner packt. Lass mich keiner packt? Okay, du kriegst direkt einen Anruf. Alter, ey, du hast nur bestimmtes Akku, ne? Du kannst dich immer gucken. Und die bewegen sich. Und du bist hier. Und du musst dafür sorgen, dass keiner dich angreift. Und die rufen mich an, oder was? Nein, die gehen einfach, das sind so Monstern. Was ist das, was ich mache, die mich angreifen? Geh zurück. Wie? Unten, dieses Fall. Ja, da. Hat die Türen schließen, rechts und links sind so Tauschlüsse. Du hast schon 93 Prozent, nur noch 92 Prozent. Du darfst nicht so oft gucken, wenn du dich nicht bewegen. Geh mal ganz nach links mit Maus. Guck da, liegt drauf. Schließt sich. Mach wieder auf, mach wieder auf, sonst ist die Batterie weg. Mach Licht. Licht, nein, nein, ganz links ist auch ein Schalter verlicht. Ja, da siehst du ein bisschen ganz gut. Wieder ausmachen. Und dasselbe kannst du halt rechts machen. Du musst halt immer gucken, dass die sich nicht weiter bewegen. Okay, Tipps genug. Du verschwendest die ganze Zeit Akku, ne? Aber ich muss doch die Kameras immer checken, ne? Ja, aber die sind nicht direkt da. Was für ein spannendes Spiel. Warte, warte. Ja, warte ab, Alter. Also den größten Erschrecker hatte ich bei dem Spiel. Ehrlich? Ja, ich mach das Licht aus, Hans Gruseliger. Okay, das ist aber auch die erste Nacht, ne? Deswegen auch einfacher. So gesehen. Hört der auch mal aufzububbeln, Alter? Ja, da freu ich mich auch gerade. Hört der nicht mal die Schnauze halten? Guck mal, die Fresse halten. Das 1 Uhr nachts ist das. Der hört nicht mehr auf zu reden, ne? Das ist ja die Schnauze halten, bei Gott. Hier auf Cam 1A. Cam 1A. Da siehst du, da chillen die gerade. Die haben schon nicht bewegt. Das mit dem, die Killers. Ja. Also bis jetzt echt langweilig, muss ich wirklich sagen. 2 Uhr, Digga, ist noch gar nichts passiert. Ja, 2 Uhr und Digga, du hast nur noch 67%. Gut. Hier, das für dich. Dankeschön. Ja, kein Ding. Ich hab's aus Versehen zweimal bestellt. Mhm. Sehr korrekt von dir. Ja, kein Ding. Los, Digga. Wollt ihr mich mal angreifen oder was los, Digga? Ja, warte ab. Du bist jetzt echt mager, Alter. Es ist 2 Uhr nachts erst. Ich glaub, ab wann ist die Nacht durch? 6 Uhr? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 5 Uhr. Okay. Sie haben jetzt bewegen sich aber auch nicht, ne? Und das sind nur die 3, ne? Nein, aber erstmal nur, erstmal brauchst du nur die 3 sehen. Erstmal kommt noch kein anderer. Oh, oh, oh. Was hast du so viel machen? Keine Ahnung. Guck schnell, wo die sind. Ja, einer ist weg. Einer ist weg, einer ist woanders. Oh. Cam 7, er ist hier irgendwo, ne? Er ist genau da, ja. Manchmal sind ein paar Räume kaputt. Soll ich einfach... Was soll ich jetzt machen? Hierzu, oder was? Nein, der ist doch noch nicht in der Nähe. Guck, du bist hier. Noch einer ist weg. Na, jetzt geht die Party ab, ne? Ja, sehr ehrlich. Jetzt wird's schon ein bisschen krasser. Okay, ich hab auch kaum Akku, Digga. Ja, das sehen ja. Jetzt bewegen die sich und du hast noch 50%. Die gibt's, die bei mir sind, das ist schon 6 Uhr morgens, Digga. Bei dem, du hast doch gesehen, wie schnell die in dem einen Raum einfach waren. Die spawnen halt mal in irgendwelchen Räumen. Du weißt doch, wo die beiden sind, du musst mal gucken, wo die alle... Du musst mal auf Raum 1 noch gucken, ob der eine noch da ist. Ja, der eine ist noch da. Jetzt kann man nicht mehr aufhören, jetzt kann man nicht mehr aufhören zu gucken. Es weg. Es hier ist safe. Wenn du hier ist, dann kann ich noch zumachen, oder? Das muss doch kommen zu sein. Das ist auch weg. Aber guck da, links neben dir. Oh, es hier. Es bei dir. Kannst zulassen, aber... Das nimmt halt noch mehr Akku, ne? Ja, ja, da kribbelt schon, ne? Da kribbelt schon. Loll. Oh! Wo ist er? Direkt bei dir. Er ist, glaub ich, da. Mach mal Licht an rechts, dann siehst du ihn trotzdem. Ne, wenn, dann würdest du ihn hier sehen, so im Fenster. Glaub ich. Okay, jetzt noch da. Oh! Da ist er. Die erste Nacht ist fast vorbei, du hast nur 27%. Du könntest jetzt eigentlich auch sicher zumachen. Oh, voll spannend. Aber guck mal, siehst du unten, wie so gelb wird, weil das so viel zieht. Ja. Ich höre dir. Du willst es herausfordern, ne? Ich wirklich nicht. Okay, da hast du mal andere Seite. Also links neben dir. Du guckst immer... Da hast du den Ding. Da ist der Ding. Ja, da fehlt aber noch einer. Irgendwo ist noch einer. Ah, der ist noch da. Hier, du hast noch 16%, ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt komplett hält. Bis 6 geht. Wenn 6... Also wenn 5 Uhr jetzt fertig ist, dann hast du gewonnen. Ja, okay. Okay, okay. Okay, okay. Erste Nacht geschafft. Ja, Mann. Zweite, Zweite. Zweite Nacht, wieder 3. Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann kommt auf jeden Fall noch ein Fuchs dazu. Der ist hinter dieser Bühne. Kennst du, wo so ein Vorhang ist? Mhm. Der Vorhang geht dann auf. Und dann weißt du, ah, jetzt kann er kommen. Ja. Und der ist schneller als alle anderen. Oha. Muss ich rangehen? Na, es wird automatisch rangegangen, leider. Hier sind wieder die 3 Spastis. Ich würde sagen, bis ein Lücken wird chillen. Ja. Bubblegott. Guck her, es geht runter, obwohl du nichts machst. Ja, aber je mehr du das benutzt, desto schneller geht es runter. Checkst du, es gibt so eine, ich glaube, es geht von alleine immer ein bisschen runter, aber je mehr du benutzt, desto schneller geht es runter. Boah, 93% ist echt. Alles aus, alles aus. Nochmal, nochmal. Oh, Zweite, einer ist hier. Der andere ist hier. Weißt du nicht, guck, andere Seite. Unten, die Räume. Er ist hier. Ja, kann gut sein. Okay, du weißt nur, wo zwei Stück sind. Oh, alle sind, nee. Da ist er. Da ist er. Und das ist der Raum, auf den du ab und zu abchecken musst. Okay, 1 Uhr nachts und die haben sich schon bewegt, ne? Achte auf deinen Akku. Hey, hey, hombre. Ich glaube, wenn du 3 Uhr 50% hast, ist gut, weil dann hast du so, weißt du? Ja, in 3 Stunden 50% verbraucht, so. Aber die ersten 3 Stunden sind eigentlich unwichtiges. Ich sag dir jetzt gleich da. Oh, es ist wieder weg. Oh, es ist hier. Nicht direkt. Doch, hier. Ja. Durch zugelassen oder auch? Weiß nicht, musst du entscheiden. Du hast noch 35%. Oh, da kommt er besser. Er ist schon wieder weg. So funktioniert das Spiel nicht. Okay. Los, der Diabletz. Hast du dich nicht erschrocken? Nö. Ich glaube, das war die Ente. Das hat sich angehört wie die Ente. Ganz wieder da hinten. 26% Decker, noch 2 Stunden. Theoretisch. Ich wusste es irgendwie, deswegen hab ich mich nicht erschrocken, Digga. In 5 Uhr jetzt kommt bei 20% weg, knackig. Eine von beiden Pisten kommt nochmal. Ja, der Pisten hier. Du hast nicht mehr genügend Akku. Komm, andere Seite. Was geht? Hä? Warum geht das links nicht? Hä? Und er ist da. Der jetzt von links kommt wieder. AHHHHH! 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 Das fass er mit den 10€. AHHHHH! 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 Ich bin zu alt für den Scheiß-Satter. Junge, du bist eineinhalb Jahre älter als ich. AHHHHH! AHHHHH! Und schon so viel weiter im Kopf. Hast du ein Problem? Verpiss dich jetzt aus meinem Zimmer. Verpiss dich aus meinem Zimmer. Verpiss dich aus meinem Zimmer. Räck meine Eier. Nimm mal auf korrekt den Stuhl mit. Nö. Junge, mach mal auf korrekt. Ich hab ihn hergeholt. Ja? Ja. Korrekt. Es ist immer mehr drin. wellbeingं die Nummer. rices von sediment. Ein, die Nummer 1 ohne equitable. Vielen Dank.